Fabian, du hast gerade eine Frau getötet. Mir scheißegal. Dir kann ich das Ficke. Das wäre voll eklig, die Turd Person. Hallo? Turd. Die Turd Person. Die Turd Person, Alter. Die Turd Person. Uiuiui. Wir brechen so lange aus. Am wenigsten reden sie nicht. Oh, der hat eine Granate geschmissen. Na, ich weiß nicht, ich kann meine Maus gerade nicht um hier. Gerade das Spiel neu. Ja. Wann, wir müssen nicht mal den Gegner da oben töten. Nö. Schau, wenn ich das Spiel neu... Okay. Bend einfach die Map oder was? Wann? Wann der der eben auftauchen soll? Warum steht da der... G-Mann? Der zu. Jodio, Jodio, Jodio! Ey, was soll das uns zeigen? Hier unterstehen Jäger. Das sind die Security Cameras, wahrscheinlich. Oh, jetzt wurde ich getötet. Ich kann mich nicht bewegen! Nö. Jodio. Jodio. Jodio, Jodio. Ja. Jodio. Ah, jetzt geht's irgendwie nicht mehr! Ach du Drupel Salto! Er spawnt einfach rein! Was sagen das denn? Das heißt, du sollst zum Spawn zurück! Auf jeden Fall, Fabian! Spawn in der Cutscene, Alter! Ja, ja, dann drehst du dich wieder! Da kommt man so rein und der andere fällt auf die Fress welche und der andere wer auf die Granat! Geil! Find ich witzig! Mach Platz! Oh, ne! Heimischmormat, schau dich auch! Weil siehst du festlich aus! Piss dich! Ja, gib mir halt den Triple Headshot! Weil einer nicht reicht, oder was? Retard Alert! Ich glaube, es ist hier so viel Heilung für mich! Der andere hat den Trigger Finger! Der andere macht... Aber sicher doch! Oh, ich hab glaube ich ein Geschütze aktiviert! Oh, oh! Außer auf die Mini Turrets auch! Oh, oh! Ach komm, Alter! Nehme ich auf Jordan-Niveau! Bleib mal da oben! Das ist ja nicht so, dass er grad irgendwie dem einen lutscht, oder so! Ey, jetzt kenn ich keine Schwulen! Wir sind schon schwul! Oh, Shooting Range! Das ist eine Kure! Das ist ein Faun, du Mongo! Ja, da war eine Kure grad! Und da ist ein Shopgun rausgekommen! Der Keg ist alive! Ja, echt? Oh, da gibt's schon wild die Bastarde! Leute! Wir sind an dieser Stelle, die es nur einen Klischee-Film gibt, wo die so miteinander reden! In Deutschland gibt's sowas gar nicht, oder? Keine Ahnung, wir waren noch nie im Knast! Fabian, du könnt's immer erzählen! Was dann? Gab's bei dir im Knast sowas? Ich war noch nie im Knast! Natürlich! Bist du behindert? Natürlich warst du! Komm da so! Vor der Zeit hab ich damals gesehen! Die hat eingebuchtet, Alter! Farm! Äh... Wir stülpen ja so! Am Tisch! Liegt an der Weste auf dem Tisch! Weil Gott die dir gebracht hat! Du Wichser! Wir gehen ganz tief in den Horror-Köller! Oh fuck! Gott hat mir ne Weste gebracht! Hä? Hier ist nix! Weil jetzt hätte er jetzt mit so einem Raketen-Werfein nicht gerechnet, so! Wär so ein Secret-Wappen! Wappen! Holy Hand-Grenade! Fabian, komm, geh vor! Was, Fabian, vor! Was, Fabian, vor! Ja, wir kennen die Map ja schon! Das ist nicht Spaß! Schubst da drin! Schubst da drin! Schubst da drin! Schubst! Schubst da drin! Kann ja nicht schubsen! Ach stimmt, man kann sich nur anziehen! Oh, schon wieder in so'n Kack-Kanal! Ich hab schlechte Erfahrungen damit! Letzt Mal wurde ich doch festgenommen! Was, ne Sirene oder? Oh, das war Big Mama, alter! Big Mama! Big Mama! Big Mama is in the house! Big Mama is in the house, alter! Oh, oh! Big Mama will mein Asch! Oh, jetzt kommt wieder die geile Mucke! Oh, ne! Als ob die jetzt so nach... Ah, Big Mama! Als ob du den ganzen Weg neu laufen musst! Und damit diese kleinen Teile vor den Lauf springen, alter! Und sie schützen! Jetzt! ALDER! Ist tot! Sie wollt grad schon weiterlaufen! Äh, ja! Jetzt kommt die letzte!